Zum Abschluss gehen wir jetzt wieder auf Objektinteraktionen ein, Beziehungen, und beleuchten das ein bisschen konkreter. Zum einen vorab, ich habe es schon beschrieben, Klassen sollten auf Modellkonzepten oder Konzeptmodellen basieren, die eigentlich auf der Realität basieren. Und genauso gibt es die Möglichkeit, auch diese Beziehungen vorab zu modellieren in Sequenzdiagrammen, in Ablaufdiagrammen und so weiter. Das heißt, was passiert, wenn welches Objekt was macht, welche Methode aufruft und so weiter. Und was sollte dann beim anderen Objekt passieren. Das hilft einem immens, auch in dieser konzeptionellen Planungsphase, in der man die eigentlichen Klassen und Objekte modelliert. Bei den Beziehungen haben wir ein paar Dinge kennengelernt. Unter anderem die Möglichkeit, dass eben ein Objekt ein anderes Objekt beinhaltet. Und dabei bin ich auf Listen zu sprechen gekommen und in dem Zusammenhang muss man einfach Iteratoren erwähnen. Das hat sich nämlich als sehr erfolgreiches Konzept in vielen, vielen objektorientierten Sprachen durchgesetzt. Das bedeutet, die bieten Standardumgebungen an, um durchzuzählen. Deswegen Iteratoren durchzuzählen. Man hat irgendeine Menge und zählt durch diese Menge durch. Wie genau das aussieht, steht jetzt hier erstmal außer Frage. Bei einer Liste ist eine Reihenfolge vorgegeben. Man könnte sich aber auch eine bloße Menge vorstellen, durch die man irgendwie durchiterieren kann, durch die einzelnen Objekte durchgehen kann. Das heißt, diese Iteratoren sind möglichst abstrakt gehalten und werden dann aber gleichzeitig komplett in der Programmiersprache integriert. Hier Stichwort forEach als Schlüsselwort, auch in C-Sharp. Das heißt, forEach in einer Iteration ist kein Problem. Dieser forEach-Konstrukt, dieser Aufbau weiß, er iteriert durch den kompletten Iterator und dann ist er fertig und Ende. Das erleichtert einem vieles. Das erleichtert einem auch das Handling von Objekten. Und man kann auch selber Iteratoren umsetzen. Im Falle von C-Sharp gehe ich mal auf ein paar wichtige Schnittstellen ein, die da zu nennen sind. Einmal IEnumerable steht hier. Hier kommt auch noch eine Spezialität von C-Sharp dazu. Man kann jetzt hier, wenn man den Typ nicht kennt, von dem eine Auflistung sein soll, hier zum Beispiel solche größer, kleiner Zeichen verwenden und dann einen Platzhalter für den Typ hier hinterlassen. Das heißt, hier kann jemand einen Typ reinschreiben. Das ist jetzt aber hier nur am Rande erwähnt. Da wollen wir uns nicht genau damit beschäftigen. Das ist sehr gut beschrieben, auch in einigen Internetforen. Aber zu weit wollen wir jetzt nicht da eintauchen in diese Generics. Die haben eigentlich mit der Objektorientierung erstmal nichts zu tun. Auf der anderen Seite bietet uns aber diese C-Sharp, diese Schnittstelle IEnumerable an. Das heißt, dieses Ding, was du gerade betrachtest, ist aufzählbar. Kann in so einer ForEach-Schleife durchgezählt werden. Was macht dieses IEnumerable? Das hat eine Funktion, getDenumerator. Was macht der? Der gibt einem so einen Enumerator zurück. Nämlich IEnumerator. Ja, das ist richtig schreib. Enumerator. Und der wiederum hat jetzt die Funktion, in die diese ForEach-Schleife hier verwenden kann. Nämlich nur drei Stück. Der kann einem das, der momentane Punkt in der Iteration in einem Enumerations-Durchlauf zurückgeben. Also das Objekt, wo man gerade steht, hat eine Funktion MoveNext. Wir gehen also zum nächsten Objekt weiter, egal in was für Reihenfolge oder was auch immer. Und er hat eine Funktion Reset. Wir fangen wieder von vorne an. Mehr braucht man erstmal nicht. Und genau so implementieren jetzt die Listen, die wir hier verwendet haben. Das ist auch ein Standardkonstrukt, ein Standardobjekt, das uns dieses C-Sharp-Framework direkt mitbringt. Unsere Liste hier erweitert direkt dieses oder implementiert dieses Interface hier und kann also dadurch direkt in solchen Konstrukten wie so ein ForEach verwendet werden. Intern kann die Liste natürlich noch mehr. Sie kann nämlich Reihenfolgen vorgeben, auf ein gewisses Objekt direkt zugreifen und so weiter. Das interessiert jetzt aber mal diese allgemeine Fähigkeit, irgendwas zu iterieren, nicht. Auf der anderen Seite, habe ich vorhin auch schon gesagt, neben dem Iterator, jetzt ist es natürlich interessant, wenn ich schon durchzähle, Objekte dann auch vergleichen zu können, um zum Beispiel Duplikate zu entfernen, gibt es auch Konstrukte für Komparatoren. Da ist einfach das Schlüsselwort ist gleich zu nennen. Das ist ein Schlüsselwort, dieses Schlüsselzeichen, mit dem man einfach zwei Objekte vergleicht, weil der impliziert nämlich dann für unser C-Sharp-Konstrukt, dass es hier, falls vorhanden, I-Comparable Interfaces benutzt, um Gleichheit festzustellen. Das Schöne ist, hier geht es ziemlich direkt, hier gibt es einfach eine Funktion CompareTo. Und dieser Funktion übergeben wir hier das allgemeinste Objekt schlechthin. Jedes Objekt leitet von diesem Basisobjekt ab, vom Typ Object. Das ist einfach so vorgegeben, von der Programmierunggebung O. Und jetzt kann ich hierher gehen und mit Downcasts überprüfen, ist es das Objekt von einem gewissen Typ. Wenn es von dem Typ ist, mit dem ich vergleichbar bin, dann schauen wir mal, ob die Innereien gleich sind oder den Vergleich eben in der Art und Weise durchzuführen, wie man das will. Das ist ein interessanter Punkt, dieses allgemeine Objekt. Das ist in sehr vielen objektorientierten Sprachen so umgesetzt, dass alle Objekte, ohne dass man es definiert, implizit von einem super Basisobjekt ableiten, das ganz grundlegende Eigenschaften mitbringt, die einfach jedes Objekt haben kann oder soll. In C-Sharp sind es relativ viele Dinge, die hier umgesetzt werden, implizit umgesetzt werden. Hat aber auch den Vorteil, man kann natürlich hier als spezialisierende Unterklasse jederzeit hergehen und die Methoden, die hier vordefiniert werden, überschreiben. Und das Schöne an der Sache wiederum ist, es ist hier eine Basisimplementierung geben, die erstmal für alles funktioniert und die einem zum Beispiel solche Vergleiche oder andere Operationen mit Objekten stark vereinfachen. Und bedeutet im Rückschluss, man kann schön einfach programmieren mit einfachen Schlüsselwörtern, viel ausnutzen, kann, hat aber gleichzeitig noch die Freiheit, alles so zu spezifizieren in seiner Unterklasse, dass man immer noch trotzdem alle Freiheiten hat, wie jetzt zum Beispiel so ein Doppel-I-S gleich umgesetzt wird und so weiter. Sehr interessante Sache. An der Stelle bleibt bei der Kommunikation noch ein Begriff aus, den kann ich jetzt nicht weiter genauer erörtern oder will es auch nicht. Da rege ich mich einfach dazu an, selber zu recherchieren, wie das genau funktioniert. Ich will hier bloß einen Überblick geben. Oftmals ist es so, dass ein Objekt gerne darauf reagieren würde, wenn bei einem anderen Objekt irgendein Ereignis stattfindet. Deswegen hier so der Begriff Event-Händler. Dann ist jetzt die Idee, wir haben hier ein Objekt mit einem Event-Händler, beziehungsweise dieses Objekt bietet das Event an, starten wir von dem Standpunkt aus. Dann habe ich ein anderes Objekt, das auf dieses Ereignis, dieses Event hier reagieren will. Dann kann das sich hier mit einer Methode, mehr oder minder kann man so sagen, auf dieses Event registrieren. Also das wäre das Objekt 1 zum Beispiel. Das kann aber natürlich auch jedes weitere Objekt machen. Das heißt, was dieser Event-Händler eigentlich ist, ist einfach nur eine Liste von Funktionszeigern, von Methoden, die aufgerufen werden können, wenn in diesem Objekt ein gewisses Ereignis stattfindet. Wie und wann und wo das aufgerufen wird, entscheidet natürlich das Objekt hier. Dieser Begriff Event-Händler, das ist auch gleichzeitig Schlüsselwort. Das heißt, wenn man da danach sucht, kriegt man auch direkt eine Hilfe. Und in C-Sharp ist es sehr rund und sehr einfach umgesetzt und auch sehr praktisch umgesetzt und wird genutzt, zum Beispiel im Windows-Framework, um auf Mausklicks zu reagieren, auf Mausbewegungen zu reagieren und so weiter. Das heißt, da bietet das Windows-Framework ein Event an, auf das ich mich registrieren kann und dann mitbekomme, wann immer in mein Fenster reingeklickt wird und so weiter. Das sind auch diese typischen Anwendungsfälle, aus denen diese Event-Händler, die hier so explizit umgesetzt sind, in C-Sharp entstanden sind. In unserem Projekt selber wird das nicht umgesetzt, genauso wenig wie Komparatoren. Iteratoren werden nur implizit verwendet. Wir schauen uns aber die Stellen an, wo zumindest Iteratoren auftauchen. Hier der Hinweis auf die Event-Händler ist wichtig, wenn man zum Beispiel mit Frameworks arbeitet. Das ist aber auch am besten, selbst damit zu arbeiten. Gut, durch diese Verknüpfung kriegt man auch nochmal eine schöne Beziehung zwischen Objekten. Eigentlich hält dieses Objekt hier eine Referenz indirekt über die Methoden auf die anderen Objekte und so weiter. Und mit diesen Referenzen und diesen ganzen Beziehungen, die man hier so darstellen kann, kann es natürlich, so wie vorhin auch schon erwähnt, zu Problemen kommen. Was bedeutet das? Es kann sein, dass ein Objekt aufgerufen wird. Hier die Methode zum Beispiel. So definiert es, dass sie nicht zu dem Aufrufschema hier passt. Problem. Passt nicht richtig. Es kann passieren, dass man in einem Konstruktor einen Parameter übergibt zum Erzeugen des Objekts, der außerhalb von einem gewissen Bereich liegt. Objekt ist ein Problem. Es kann passieren, dass man annimmt, dass man ein Objekt von einem gewissen Typ übergeben kriegt und deshalb eine bestimmte Methode aufruft. Tatsächlich ist der Typ von dem Objekt aber nicht der richtige und man kann den Aufruf nicht machen. Und so weiter. Das sind alles Probleme. Was sind das im Endeffekt? Das sind genau die Kontrakte zwischen den Objekten, die wir durch Vorbedingungen, Nachbedingungen und Invarianten vorhin beschrieben haben. Das heißt, die Beziehungen, die Verträge zwischen den Objekten, die die geschlossen haben. Und an diese Kontrakte, an Verträge, sollte man sich normalerweise halten. Zwangsläufig, könnte man aus dem echten Leben, kann es aber dazu kommen, dass ein Vertrag gebrochen wird, ein Kontrakt verletzt wird. Und dann würde man gerne dem Objekt oder jedem Objekt die Möglichkeit geben, auf eine Vertragsverletzung, auf einen brüchigen Kontrakt zu reagieren. Dazu hat man mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die man immer anwenden kann und wenn möglich vielleicht auch sollte, nicht unbedingt muss, manchmal lohnt es sich nicht, aber die man immer anwenden kann, wenn einem irgendeine kleine Invariante oder so eine kleine Vorbedingung einfällt, sind sogenannte Assertions. Was bedeutet das? Das sind Buhlsche Ausdrücke. Die kann man reinschreiben. Das schauen wir uns dann auch an, wie das aussehen könnte. Und solange die True sind, bedeutet das Assertion, die Annahme, der Kontrakt wurde erfüllt. Assertion bedeutet ja nichts anderes wie Voraussetzung, Annahme. Wenn die True zurückliefert, ist alles gut. Also hier rein kommt eine Bedingung in die Klammer dahinter. Und solange die True ist, ist alles gut. Die wird hier false zurückgeliefert, dann findet das meistens zum sehr frühen Ausführungszeitpunkt statt, beziehungsweise auf der anderen Seite wird das gemeldet. Das bedeutet, jemand, der sieht, dass er eine Assertion verletzt beim Ausführen seines Projekts, weiß, jetzt habe ich einen Kontrakt verletzt. Damit hat man also eine Möglichkeit, Kontrakte zu überprüfen. Assertion fliegen bedeutet so viel, dass der Compiler, zumindest im Debug-Modus, aber auch im richtigen Nicht-Debug-Modus, immer nach diesen Assertions überprüft und wann immer hier einmal false zurückgeben wird, das Programm abbricht und einem eine entsprechende Meldung macht, an was für einer Stelle, mit was für einem Objekt hier das Problem aufgetreten ist. Das ist eine super Sache, hat aber ein Manko, ich kann nicht alles überprüfen. Ein Objekt, das seine Bedingungen an den Kontext, an den Aufruf stellt, kann versuchen, möglichst viel zu überprüfen, wird es aber nicht schaffen, alle möglichen Bedingungen abzudecken. Das sind dann solche Dinge, die nicht abwägbar sind, wie zum Beispiel beim Drucken wird während dem Drucken plötzlich der Stecker gezogen oder so was in der Art. Dazu hat man wenig Zugriff, da kann man jetzt nicht an jeder Stelle in sein Programm go, in jeder zweiten Zeile überprüfen, ist der Druck immer noch da, ist der Druck immer noch da, ist der Druck immer noch da. Das macht keinen Sinn, das will auch niemand machen. In so einem Fall haben wir also das Problem, es kommt zur Vertragsverletzung. Wir können es nicht mehr verhindern, wir können es auch nicht im Vorab zusichern, durch so eine Assertion, dass der Programmierer darauf hingewiesen wird. In so einem Fall laufen wir in eine Exception. Was bedeutet das, Exception? Ja, das was da steht, eine Ausnahme, ein Ausnahmefehler. Heißt, der Stecker ist zogen worden, Drucker ist plötzlich weg und es funktioniert Methodenaufruf nicht mehr und liefert irgendeinen Fehler auf irgendeine Art und Weise. Dann wird so eine Exception programmiert in diesem Programmierframework, wie zum Beispiel C-Sharp, in dem man sich bewegt. Auf diese Exceptions kann man gnädigerweise in C-Sharp reagieren. Da gibt es diese Try-Catch-Blöcke, das schauen wir uns dann konkret an, wie das aussehen könnte, mit denen man auf so einen Ausnahmefehler reagieren könnte. Es ist aber immer ein Zeichen, wenn jemand auf Ausnahmen reagiert, an der Stelle, dass was schlecht programmiert ist. Im Endeffekt sollte der nämlich die Vorbedingungen so weit erfüllen können, dass es zu keiner Exception kommen muss, zu keinem Fehler. Manchmal gibt es aber keine anderen Möglichkeiten, wie der Beispiel Drucker, den man plötzlich abzieht. Man muss dann mit so einer Exception umgehen können, sollte aber dann in den allermeisten Fällen das Programm beenden. Da gibt es ein paar Sprichwörter dazu, die ich hier vielleicht noch anbringen will. Tote Programme lügen nicht. Also wenn eine Exception fliegt und ich weiß, ich kann die nicht verhindern, dann sollte ich besser das Programm beenden. Warum? So eine Exception deutet immer darauf hin, irgendwelche Daten sind inkonsistent und das führt früher oder später zu irgendeinem bösen Ausfall. Unweigerlich. Dazu impliziert sowas immer, verdächtigen Code. Heißt, vor allem im Zusammenhang, wenn hier einer versucht, so eine Exception zu behandeln. Das deutet immer darauf hin, oh weia, da ist was konzeptionell vielleicht im Argen. Dann kommt noch so ein Begriff wie Exception Safety dazu. Heißt so viel wie, ja, bei allen Exceptions, die auftreten können, zum Beispiel, dass so ein Drucker ausgeschickt wird, sorge ich dafür, dass ich danach in einen sicheren Zustand komme, dass mein System wieder konsistent ist. Das sollte man immer überprüfen, dass man Exception Safe ist. Das heißt, die Exceptions, die auftreten können, werden berücksichtigt, führen zum Programm tot oder werden entsprechend behandelt und das Programm in einen konsistenten Zustand zurückgeführt. Dazu ist natürlich klar, ein Objekt selbst, das man selbst implementiert, kann auch solche Fehler, Ausnahmefehler erzeugen. Und dann gehört natürlich ein ordentlicher Fehlercode, eine ordentliche Fehlerbeschreibung und so weiter dazu. Gut, ist natürlich zu vermeiden. Das Schöne ist, in dem Beispielprogramm, das wir haben, ist das weitestgehend in Anführungszeichen vermieden. Wir wollen jetzt aber trotzdem an ein paar Beispielen anschauen, wie man und was für Stellen das hier eine Rolle spielen würde. Ein gutes Beispiel zum Beispiel für die Exertions wäre hier. Wir haben jetzt keinerlei Exertions einbaut. Ich habe die hier nicht eingebaut, weil sie nicht nötig sind, weil sie zu keinen Fehlern führen, weil mein Objekt mit diesem Fall umgehen kann. Deswegen brauche ich die Exertion auch nicht unbedingt. Aber hier an der Position Set Player könnte zum Beispiel auftreten, im späteren Verlauf, wenn man das Objekt weiterentwickelt, dass dieses Objekt plötzlich zum Beispiel keine Spielernummern, die gleich 0 sind, aufnehmen kann. Das heißt, hier an der Stelle darf die Player Number nur größer gleich 0 sein. Zwangsläufig. Hier an der Stelle müssen wir noch die Referenz ausführen. Ja, die Aufruf-Hierarchie. Normalerweise wird hier ein Shortcut angeboten, um diese Möglichkeit eine Exertion einzubauen, einzubinden. Ist auch kein Problem. Hat jetzt an der Stelle hier nicht funktioniert, macht aber nichts. Wäre aber ein typischer Anwendungspunkt, an welcher Stelle man so eine Exertion setzen könnte. Ganz oft auch in Konstruktoren, die Parameter übergeben bekommen, weil die müssen immer zwangsläufig irgendwie in einem gewissen Rahmen stattfinden, weil die Innereien von dem Objekt nicht so weit beeinflusst werden können sollen. Dann ein Punkt für die Exceptions wäre zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, in diesem Basisobjekt hier, hier ist ja alles durch If-Schleifen abgesichert. Man überprüft hier, ob das vom richtigen Typ ist und dann macht man den Cast hier. Wenn man sich jetzt das sparen würde, wenn man jetzt sagen würde, ich mache hier keine If-Schleife, sondern rufe einfach auf und tue so, als ob das Feld auf jeden Fall so ein Field ist, dann könnte jetzt passieren, dass genau dieser Cast nicht funktioniert. Das heißt, der Aufruf hier würde eine Exception werfen, von C-Sharp aus, wenn das Feld hier nicht tatsächlich ein Tic-Tac-Toe-Feld wäre. Und jetzt könnt ihr hergehen mit so einem Try-Catch-Konstrukt und sagen, Try, jawohl, er soll versuchen, diesen Aufruf zu machen, deswegen Try. Und die Exception fangen, allgemein jede Exception leitet von dieser Basis-Exception ab und ich könnte jetzt hier in diesem Catch-Teil darauf reagieren und zum Beispiel irgendeine Ausgabe produzieren hier und sagen, es gab eine Exception, der Typ passt nicht. Ist aber sehr schlechter Stil an der Stelle, Stil in der Hinsicht, das ist eine Exception, die kann ich vermeiden und da sind wir wieder beim Punkt verdächtiger Code. So als wäre verdächtiger Code, ganz eindeutig, weil dieser Exception-Abfangmechanismus völlig unnötig ist. Man kann den behandeln, ohne dass eine Exception fliegt. Nicht mehr so einfach möglich ist das, wie gesagt, beim Zugang zur Hardware, aber das sind Sonderstellen und in dem Fall tauchen jetzt tatsächlich in dem Code von diesem Beispiel keine bis sehr wenige Sonderstellen auf. Wenn sie auftauchen würden, kann man immer noch anfangen, eine Behandlung zu machen mit Try and Catch oder es einfach direkter abzufangen. Das heißt, die Vorbedingungen oder die Nachbedingungen oder die Invarianten konkreter zu überprüfen und in If-Schleifen oder Ähnlichem darauf zu reagieren. An der Stelle will ich jetzt diese objektorientierte Programmierung komplett abschließen. Das heißt, es gibt noch viele, viele weitere Details, Eigenheiten von C-Sharp und so weiter, die man betrachten könnte, die man sich verinnerlichen könnte, die man einüben könnte. Am Ende hilft aber nur, wie ich es bereits im ersten Video gesagt habe, selber machen, selber ausprobieren. Auf alle Einzelheiten einzugehen, ist zum einen sehr müßig, vor allem in dem Video, zum anderen gibt es unglaublich gute Tutorials für alle Details und alle Kleinigkeiten, die wir hier gemacht haben, sodass es keinen tiefen Sinn macht, zu weit ins Detail zu gehen. Der Sinn von der ganzen Sache war, die Grundkonzepte zu erörtern. Das heißt, was steckt hinter objektorientierter Programmierung, was macht es für einen Sinn, warum baut man diese Konstrukte auf, was gibt es für Konstrukte, wie kann man damit umgehen und wie kann man seine Projekte besser damit gestalten.